Shit, der kommt einfach auf Premium Account, einfach so ein Trailer, Digga. Gönnung, Alter. Okay, Leute, wir machen ein neues Wrestle, Leute, das könnt ihr direkt einballern, auch so ein Win ins, ja, ins Geschehen, Diggi, würde ich mal sagen. Let's go. Ich hab's dir gesagt, ja, bitte, scheiße, Digga, hier geht's richtig ab. Die Reaktion werde ich auch hochladen, von dem ganzen Schmodder, aber naja. Ah, Nassim, Digga, nicht direkt beleidigen, Bruder, scheiß, egal, Digga, let's go. Ja, Digga, ich weiß, dass ich schlecht bin, Bro, ich zeig's euch jetzt, wie scheiße ich bin, let's go. Ich weiß, was geht, wir kommen zu ihm, Bro. Kennst du mich noch? CVLP, Bro. Irgendwie kommst du mir nicht bekannt vor? Aber vom Namen her, ne? Okay. Okay. Let's go. Äh, oh. Aha. Okay. Da ist ne Wüste am Start. Ja, man muss kein Stück gut sein, um Spaß zu haben, auf jeden Fall. Ja, Inuyasha, ich hab keine Ahnung, wer du bist, Bro. Keine Ahnung, hau mal ab, Digga. Na, klar kenn ich dich, Digga, wahrscheinlich hofft, doch. Das Niveau ist die Wot. Keine Ahnung, Digga, für mich ist immer noch das Gleiche. Interessant, Digga. Interessant, Digga. Let's go. Oh, das war dein erster Abonnent? Ne, ich glaub, das war ich sogar selber, Digga. Kann schon sein, weiß ich's nicht. Was geht? Rank, Diggi, willkommen im Stream. Freut mich, dass du meinst. Ja, Boisa. Ja, los, go. Es gibt neue Fahrzeuge? Nein, Digga, sag mir bitte nichts, Bruder. Ich würde das alles rausfinden. Aber danke, dass du sagst. Eigentlich nicht. Ach, keine Ahnung, was ich sag. Hey, hey, was ist das, Bruder? Was ist das? Gib mir das shit, Bois. Schönes Ding, oder? Ja, ich bin jetzt schon. Ich muss mich hier erstmal aufhören, Leute. Tschüss euch, ich gebt euch alle die D-Abo's, oder? Ja, let's go. Erstmal D-Abo, der Typ ist Scheiße. Let's go. Warte, die, was? Double Pump? Geht nicht? Was hab ich hier? Du willst gar keinen Bock drauf? Ja, also ich hab vorhin gehört, ähm, es geht nur noch mit der, äh, nicht mehr mit der taktischen. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Wollen die mich verarschen, Bruder. Was soll der Scheiße? Ja, mit der, mit der, mit der heftigen geht's wohl schon noch, aber nicht mehr mit dem. Weißt du, das Ding hat halt nur Lame, Bruder. Oh, ey, Wobito legt mich zu vorderlich ein. Was? Let's go, Digga. Double Pump geht nicht mehr. Ich bin instant mit Double Pump unterwegs. Was soll das schon? Ich brauche Munition, Digga. Es geht wirklich nicht. Es geht wirklich nicht. Wir hatten hier jetzt den Kill gekriegt. Ich weiß nicht, aber es geht. Es geht wirklich nicht, Mann. Was soll der Scheiß? Oh, das ruiniert er das ganze Spiel. Ja, Mann. Nee, ich weiß nicht. Ich stehe mal bei den Scheiß. Alter, Digga. Die haben so einen Cooldown reingemacht, okay. Ja, das macht es für Leute wie mich um einiges leichter, Alter. Ja, für mich. Ich bin so uncool. Die haben einfach die Double Pump raus, Bruder. Digga. Chill my rank, Bruder. Die waren zu spannend, Digga. Als ob er die Nuke-Pistole fahrend. Nee, schwann nicht, Bruder. Du brauchst deine Kohle selber. Wo war der Spaß? Hier war der Spaß. Hey, ich habe keine Money dafür. Scheiß auf den Spaß. Boah, das wäre schon geil, wenn mein erstes Spiel in diesem Fall direkt am Ruin sein, Digga. Ach klar, wird schon, Alter. Ich kenne mich noch nicht so einen Riff von dir, Alter. Ja, genau. Ich geb auch noch Kills, ich sterb dann immer. Ey, komm, Alter. Ich hab in der letzten Season, ich hab mein erstes Spiel in Season 4 gemacht, Alter. Mit den Duos direkt hin geholt, Alter. Das ist los. Ja, okay. Dann hab ich nie wieder wahrscheinlich einen Win gekriegt, Alter. Jawoll. Was geht's für den Treiber, Digga? Du konntest streamen, doch. Nice, was du meinst war. Freut mich. Und die ersten drei Kills, Digga, die waren instant killer. Ohne Spaß. Zweimal Revolver, Digga, alles headshot. Ciao, Bro. Hey, Digga, ich will wissen, was das ist, was ist das? Da geh ich hin, Digga. Tschüüü, Bruder, da war ... Arm sah, gell. Die 100 Apple kannst du wirklich donaten, aber ich glaube echt. Facecam, Digga, das ist so eine Sache, gell? Aber schon, Facecam mach ich schon irgendwann mal, weiß was man... Irgendwann mal kommt das zustande, dass der Afro irgendwie eine Facecam benutzt, Digga, kommt schon noch. Mach dir keinen Dach, Bruder, wozu brauchst du das auch? Scheiß drauf, Bruder, was geht? Auf Entspannungsmodus unterwegs, Alter, ich höre. Ah, der ist drin, chillig. Digga, was ist das, Bruder, was ist das? Okay, Poké, Digga, Digga, komm ins Stream, Bro. Hast du es bekommen, oder selber? Gehen jetzt, Digga? Jaja, Digga, Digga. Jaja, Digga, Digga, Digga. Jaja, Digga, was ist das, Bruder, ich will dahin. Nein, echt jetzt? Cool, Digga. Ich muss nach schwebenden Blitzen suchen, okay. Ich habe die Aufgaben nicht gelesen, hätte ich machen. Habe ich alles bekommen, Digga, Props, Digga, what the fuck? Krasser Scheiß, Digga, so muss es sein, Digga. Das war echt eine coole Sache, von der Community so sehr unterstützt zu werden. Das stimmt auch. Ich hab nur den Jumbo einfach. Ich weiß, wenn ich auch was rauskomme. Ah, okay. Let's go! Ich muss auch gleich rechnen, Alter. Was geht? Ja, alles klar. Läuft bei dir. Dann lass ich mal erstmal den ersten epischen 7-5, ja. Immer mit der Ruhe. Ja, ich baller hier gerade so ein bisschen rum. Voll auf entspannt, Digga, Double-Farm geht nicht mehr. Nur 6 Coins. Digga, jeden Monat werden sie resettet, Bro. Bei 8 mit los. Ein Enemy. Risiko. Ansonsten läuft das Spiel nicht, Bruder. Ja. 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 Ich bin gespannt, ja. Da geht nicht. Halt aus. Ja. 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 Ich will jetzt wissen auch, wen der geschossen hat, ja. Hör mich kurz. Ja. 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 Boah, ich hab keinen Plan mehr. Ja. 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 Ach. Was? Was? Also... Ich bin sein erster Kill. Ich hasse es, wenn ich immer der erste Kill bin. Guck mal, was für ein Lauch die hier haben. Der hat meine erste Runde versaut. Und ich habe ihm schöne Hits gegeben. Könnte mir alles erzählen. Grip. GG. Der lässt wenig rein. Was glaubst du? Was ist mit mir, Digi? Ich habe gerade erst angefangen zu zocken. Es war mein erstes Spiel, Bruder. Das kriegt gerade einen Trailer, Bruder. Britzeln. Schreien. Okay. Alles klar. Alles klar. Da kommt einfach auf Überraschungsbasis ein Trailer. Mit Untertitel, der richtig unlogisch ist. Unnötig. Let's go. Okay. What the fuck? Was geht hier ab? Okay. Das ist gerade alles klar. Da, ich sehe diesen Film, Digi. Was geht? Ich sehe den Film, Digi. Der kommt einfach auf Premium Account. Einfach so ein Trailer, Digi. Gönung, Alter. Tschüss, Alter. Let's go. . Genau. Untertitelung des ZDF, 2020